So, das hier ist ein Sondervideo. Ich mache es hier, weil ich gerade technisch zu faul bin, was anderes zu machen. Und zwar ist das für die Amazon Air bei PMR1 und es ist eine Interviewvereinbarung, die ich gerne hier schnell vorlesen möchte, weil die anderen technischen Möglichkeiten bin ich zu faul für. Post und ich habe keinen Drucker und machen wir es so. Also, Interviewvereinbarung zwischen Radiomoderatorinnen der Amazon Air bei PMR1, vertreten durch Ramona Wagner und Melanie Stegemann und Interviewpartner Leo Urlauber. Vertreten durch Bauchy, König von sich selbst. Sendegenehmigung Emmas on Air. Beide Parteien vereinbaren hiermit. Erstens, der Interviewpartner räumt Emmas on Air ein exklusives und unbefristetes Nutzungsrecht dieses Interviews ein. Sehr gerne, ist eures, habe ich mit euch gemacht. Wunderbar. Zweitens, dass nach Genehmigung durch den Interviewpartner keine Änderungen mehr am Interview der Rohdatei erfolgen. Das Radio behält sich jedoch vor, zwischen den einzelnen Teilen des Interviews Musik oder Jingles zu spielen. Es steht euch zur freien Verfügung. Macht damit, was ihr wollt. Drittens, der Interviewpartner bestätigt mit Zeichnung dieses Dokumentes, das ist dieses Video hier, dass er das Interview in Form einer Rohdatei Aufnahme erhalten und zur Kenntnis genommen hat. Habe ich, durchgehört, alles wunderbar. Viertens, der Interviewpartner darf dieses Interview nicht an andere Medien anstalten, Dritte weiterleiten. Es besteht die Möglichkeit, die Rohdatei, das Interview für eigene Zwecke, zum Beispiel die eigene Webseite, zu verwenden. Dieses ist erst nach viermaliger Sendereihe möglich. Bei Verwendung des Interviews auf der eigenen Homepage muss auf die Sendung Emmas on Air bei PMR1 als Quelle mit Link www.pmr1-4friends.de hingewiesen werden. Ja, habe ich auch kein Problem mit, wenn andere Medienanstalten oder Dritte Interviews von mir wollen, sollen die selber welche machen. Fünftens, nach Genehmigung des Interviews ist es dem Interviewpartner erlaubt, aus der Rohdatei einen 5-minütigen Werbetrailer mit dem Hinweis, die Emmas on Air bei PMR1 am Ende des Trailers frei zu erstellen. Zu erstellen, ohne frei. Dies kann sofort nach der Genehmigung erfolgen und ist nicht abhängig von der viermaligen Ausstrahlung bei Emmas on Air-Radio-PMR1. Datum ist, heute habe ich eben vernommen, der 19.12. Oh, Ex-Royd, Geburtstag. Könnte ich mich noch melden gleich. Das wäre mal eine nette Idee. Und, ähm, Unterschrift ist hiermit... Ne, jetzt muss ich andersrum. So rum. Bäh, nass. Bauchi, halt. Ne? Bauchi. So. Ähm, ja. Ich hoffe, das reicht. Wer jetzt noch irgendein Problem hat, sollte ich bitte an mich wenden. Ansonsten, Emmas könnte online gehen. Ich, äh, bedanke mich an dieser Stelle für das wunderschöne Interview und die schöne Zusammenarbeit mit euch. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.